Es war einmal vor vielen hundert Jahren in einer wunderbaren Gegend. Eine prächtige Burg thront erhaben auf einem Felsen. Zu ihren Füßen liegen dunkle Wälder und satte grüne Wiesen. Wartburg heißt dieser magische Ort. Hier lebt Tannhäuser, ein Dichter und Sänger. Er nimmt an Gesangswettbewerben teil, aber eines schönen Tages macht er sich auf und davon an einen geheimnisvollen Ort. Eine Höhle voller Zauber und Magie. Bläuliches Licht schimmert darin, ein smaragdgrüner Wasserfall stürzt wildschäumend herab und überall tummeln sich Nymphen, Faune, Satyren, Kratien, Amoretten. Die Herrscherin dieser Zaubergrotte, das ist Venus. Die Venus ist eigentlich die Göttin der Liebe und der Tannhäuser hat sich total darauf gefreut, die Göttin der Liebe zu treffen. Und er geht mit ihr in ihre Grotte sozusagen und singt dann mit ihr und die haben halt viel Spaß. Obwohl es dem Tannhäuser sehr gut gefallen hat in der Venusgrotte, vermisste er dann doch die schönen Wälder, die Wiesen und den schönen blauen Himmel, weil diese Grotte ja unterirdisch war und es dort nicht wirklich Licht gab und keine Wiesen. Tannhäuser will wieder gehen, aber als er das Venus erzählt, wird sie sehr wütend. Die Venus, die lässt ihn dann halt irgendwann ziehen. Also ist er dann wieder draußen und trifft dann halt Pilger, die auf eine Pilgerreise gehen wollen. Diese Pilger wandern zu Fuß nach Rom. Sie wollen den Papst aufsuchen und dort um Vergebung ihrer Sünden bitten. Die sind halt total gläubisch und da merkt er halt, ja, das war jetzt nicht so gut, der ist in die Höhle von der Liebesgöttin gegangen und so weiter und so fort und das ist eigentlich eine Sünde. Und dann wird er halt so eine Art gläubisch und betet die ganze Zeit und bereut es. Dann trifft er halt seine Freunde und die fragen ihn dann, ob er wieder zurückkommen will und der Tannhäuser, der will das eigentlich nicht so wirklich. Dann sagen die Freunde von ihm, aber da gibt es doch die schöne Elisabeth und er denkt sich dann, ja, für die Elisabeth und, hm, und dann geht er halt doch zurück auf die Burg. Da trifft er dann die Elisabeth wieder und beide freuen sich halt total. Elisabeth ist eine schöne, kluge und fromme Frau. Tannhäuser hat schon lange ein Auge auf sie. Sein Herz schlägt hoch, wenn er die schöne Elisabeth sieht oder nur an sie denkt. Andersherum ist es genauso. Das Problem ist, dass sie nicht sofort ein Paar werden können, weil ja da meistens immer ein Vater dahinter steht oder in dem Fall bei der Elisabeth ihr Onkel. Früher war es den Frauen nicht erlaubt, ihren zukünftigen Ehemann selbst auszuwählen. Der Vater oder der Onkel hat den passenden Mann bestimmt. Bei Elisabeth war es der Onkel. Der aber hat sich etwas Raffiniertes einfallen lassen. Der hat halt dann gesagt, ja, wir machen einen Wettstreit, also einen Singstreit. Wer die Liebe in einem Lied am besten ausdrücken kann, kriegt die Elisabeth. Das war ein großes Ereignis. Aus allen umliegenden Dörfern sind die Leute herbeigeeilt, um dabei zu sein. Die singen halt alle über die edel Liebe und dass man die Frau am besten nur ehren sollte und so. Dann kommt halt der Zahnhäuser und der singt über die leidenschaftliche Liebe und dass man das total genießen soll und so. Und dann werden die ganzen Sänger total wütend auf den Tannhäuser und sind halt auch böse. Und die holen dann halt auch ihre Dolche raus und wollen den Tannhäuser dann halt umbringen. Und dann, wenn alle kämpfen und den Tannhäuser umbringen wollen, springt die Elisabeth rein und sagt, nein, ihr dürft den Tannhäuser nicht umbringen, sondern lasst ihn leben und lasst ihn weiter singen. Sie sollen dem Tannhäuser doch noch eine Chance geben, um nach Rom zu wandern, um zum Papst zu gehen, dass der Papst ihnen dann alle Sünden wegnehmen kann. Und die Elisabeth beschließt dann, dass sie dann halt lieber ein Engel sein will und bei Gott im Himmel ein Engel ist, wo sie dann dem Tannhäuser eben helfen kann. Dann kommt halt der Tannhäuser aus Rom zurück und dann trifft er halt wieder einen Freund von ihm. Und dann sagt er ja, alles okay. Und dann meint halt der Tannhäuser, nee, er war jetzt in Rom und der Papst hat ihm halt nicht vergeben. Und deswegen ist der Tannhäuser halt jetzt total fertig und wütend und so. Dann beschließt der Tannhäuser wieder in die Venusgrotte zurückzukehren, weil der Papst ihm ja eh nicht vergeben hat und das ihm jetzt eigentlich alles egal ist. Aber sein Freund Wolfram ist ihm gefolgt und hat ihn überredet, auf keinen Fall in die Venusgrotte zurückzukehren. Zuerst ist Tannhäuser dickköpfig und will nicht auf Wolfram hören. Dann hat Wolfram eine Idee. Er erinnert Tannhäuser an die schöne Elisabeth. Und das wirkt. Tannhäuser kommt zur Vernunft und spürt wieder die echte Liebe in seinem Herzen für Elisabeth. Tannhäuser verlässt die Venusgrotte für immer. Und auch der Göttin Venus selbst kehrt er ein für allemal den Rücken. Jeder hat gesagt, dass er jetzt nicht mehr versündigt ist, weil er sich gegen die böse Venusgrotte für die Elisabeth entschieden hat. Und dann kommt halt eben der Trauerzug von der Elisabeth, weil sie ja gestorben ist. Und dann will der Tannhäuser auch nur noch sterben. Und dann stirbt der auch. Und dann leben sie glücklich im Himmel weiter. Und dann will der Tannhäuser auf den 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 Tannhäuser auf den